Bereits im Herbst 2020 führten die kalifornischen Politikwissenschaftler David Brookman und Joshua Keller ein Experiment bezüglich der Beeinflussung der persönlichen Meinung durch die Medien durch, das allerdings erst im April 2022 veröffentlicht wurde. Als Probanden, zumeist Sympathisanten der Republikaner, dienten 304 Zuschauer, des rechtskonservativen und von Linken gerne als Fake-News-Schleuder verleumdeten Senders Fox News. Sie sollten einen Monat lang CNN anschauen. Bekanntlich ist CNN nicht nur ein Mainstream-Medium, wie es im Buche steht, sondern vertritt auch die politische Richtung der linken Demokraten. Die Versuchspersonen wurden also angehalten, in den Zeiten, in denen sie ansonsten Fox News konsumierten, wöchentlich bis zu sieben Stunden CNN anzusehen. Dafür bekamen sie pro Stunde 15 Dollar. Der Versuchszeitraum war der September 2020. Just in diesem Zeitraum berichtete CNN überwiegend über die Corona-Pandemie und das Vorgehen des damaligen im Linken Lager verhassten US-Präsidenten Donald Trump. Fox News hingegen konzentrierte sich neben dem herkömmlichen Nachrichtengeschehen auf eine Berichterstattung über Rassenunruhen, ausgelöst durch die Erschießung des schwarzen Jacob Blake durch einen weißen Polizisten in Kenosha, Wisconsin. Und tatsächlich. Schon nach kurzer Zeit zeigte der linke Medienkonsum Effekte, die durch Umfragen während und nach dem Feldversuch abgefragt wurden. Zum Vergleich der Kontrollgruppe, die weiterhin Fox News konsumierte, änderte sich die Haltung der Versuchspersonen. Und zwar merklich. So schwächten sich politische Extreme ab, will heißen, die Meinung zur von Trump kritisierten Corona-Politik veränderte sich und politisch-gegnerischen Gruppierungen wurden seltener Boshaftigkeit unterstellt. Zudem erklärten die Wissenschaftler, dass die Fox News Wechselseher besser über Inhalte der Sendungen Bescheid wussten, über die CNN ausführlicher berichtete. So führte also schon ein Monat des Konsums des linken CNN-Programms dazu, dass die Perspektive auf aktuelle Geschehnisse und die Meinung der TV-Konsumenten messbar beeinflusst wurde. Und das, obwohl Zuschauer des Fox-Senders im Allgemeinen als sehr von ihrer Meinung überzeugt gelten und Quellen, die nicht mit der republikanischen Partei verbunden sind, eher nicht trauen. Aber schon zwei Monate später verlor sich dieser Effekt wieder. Die meisten Probanden kehrten CNN den Rücken und konsumierten in gewohnter Weise Fox News. Die Wissenschaftler konnten natürlich nicht zugeben, dass es vielleicht an der linken Programmpropaganda des Senders lag, sondern schoben dieses Verhalten darauf zurück, dass die Versuchsteilnehmer nun nicht mehr bezahlt wurden. Ergo, von Dauer war der Meinungsumschwung also nicht. Dementsprechend ging das Experiment nach hinten los. Aus Deutschland wurde eine Studie bekannt, die die mutmaßliche Auswirkung russischer Propaganda auf 2300 deutsche Zuschauer untersuchte. Das überraschende Ergebnis, der Inhalt hatte mehr Einfluss als das Medium, selbst wenn es sich um fragwürdige Kanäle wie beispielsweise RT Deutsch handelte, die nicht neutral berichten würden, wie es hieß. Das Experiment zeigt allerdings noch etwas anderes, das jeden mündigen Bürger aufschrecken sollte. Werden kritische Sender wie etwa RT Deutsch verboten, dann kann die Bevölkerung in die linke Ecke dirigiert werden. Oder anders ausgedrückt, das Polit- und Medienestablishment bekämpft die alternativen Kanäle auf Teufel komm raus, um die hundertprozentige Meinungshoheit über die Bürger zu erlangen. Untertitelung des ZDF, 2020